ja herzlich willkommen zu einem weiteren let's play video meine michos was geht ab was geht ab ich bin wieder mal am start in gta 5 mit einem geilen fetten hulk mode und den werde ich euch zeigen und zwar öffnen wir mal das menü und gehen mal auf den charakter wir nehmen den hulk adventures und ja lasst die show beginnen und schaut selber lasst euch mal alleine und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020